Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich das Bosch KGN 49 VICT Kühlschrank. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. VitaFresh XXL Das geräumige VitaFresh XXL-System bietet ideale Lagerbedingungen für alles, was frisch ist. Einen kühleren Bereich für Fleisch und Fisch und eine Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung, in der Obst und Gemüse knackig bleibt. NoFrost Vergesse lästiges Abtauen. NoFrost sorgt für einen stetigen Trockenluftstrom, um Eisbildung zu verhindern. Sozusagen das Ende der Eiszeit. Und das Ende vom Abtauen. Hochglanzrückwand mit Multi-Airflow Ungleichmäßige Kühlung im Kühlschrank kann den Geschmack und die Haltbarkeit deiner Lebensmittel stark beeinträchtigen. Dank der Hochglanzrückwand mit Multi-Airflow werden Feuchtigkeit und Temperatur gleichmäßig über den gesamten Kühlbereich verteilt, von den Türabstellern bis zu den hinteren Ecken, wodurch deine Lebensmittel länger halten. Perfect Fit Platziere den Kühlschrank, wo immer du willst. Andere marktübliche Kühlgefrierkombinationen benötigen zum Öffnen von Türen und Schubladen einen Abstand von rund 10 cm zu den Seitenwänden. Dank Perfect Fit können unsere freistehenden Kühlgefrierkombinationen direkt an Seitenwänden und Möbeln positioniert werden. Die Kühlgefrierbreite entspricht den Nischenmaßen. Automatisches Supergefrieren. Um Vitamine, Nährwert, Aussehen und Geschmack zu erhalten, sollten Lebensmittel so schnell wie möglich eingefroren werden. Mit dem automatischen Supergefrieren kannst du kleine Mengen an Lebensmitteln schneller einfrieren und gleichzeitig dein Gefriergut vor dem Auftauen schützen. Der Gefrierschrank erkennt den Temperaturanstieg und passt seine Temperatur automatisch an, um die besten Lagerbedingungen zu gewährleisten. LED-Beleuchtung – Lebensmittel im Blick behalten Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weißes Licht. Die vollintegrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen. Getrennte Kühlkreisläufe Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können die Kühl- und Gefrierbereiche einzeln gesteuert werden, um eine schnellere Kühlung zu erreichen. Mit den benutzerfreundlichen elektronischen Steuerungen können die Temperaturen individuell eingestellt werden. Supercooling – Aktiviere vor dem Einkaufen die Supercooling-Funktion, um die Temperatur im Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit die frischen Einkäufe auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt, mindestens 2 Grad. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das Gefrierfach ist recht knapp bemessen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Platz ist völlig ausreichend. Der Geräuschpegel ist wirklich minimal. Die Gesamtleistung ist hervorragend. Der Kühlschrank funktioniert sehr leise. Das Gemüsefach ist super groß. Das war mein Testbericht zum Bosch KGN 49VICT Kühlschrank. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezession folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!